Brina Setlow gehört zu einer der bekanntesten deutschen Rapperinnen, die es jemals im Game gegeben hat. Sie gehört sogar zu einer der ersten deutschen Rapperinnen, die wirklich im Female Rap Bereich aktiv war. Mitte der 90er bis zum Ende der 2000er dominierte sie mit ihrer Musik die Charts. Zu der Zeit war Female Rap Musik noch nicht so angesagt, wie es heute ist. Sie hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass der Female Rap in Deutschland weiter voranschreitet. Ihre Musik war offen, ehrlich, direkt into your face. Ihre Musik erinnerte sehr stark an US-amerikanische Rapperinnen wie MC Light, Queen Latifah. Aber es hatte auch gleichzeitig etwas von Foxy Brown und Lil' Kim. Sabrina wurde als Tochter indischer Einwanderer in Frankfurt am Main geboren. Am 10. Januar 1974 erblickte sie das Licht der Welt. Sie verbrachte den Großteil ihrer Kindheit in bürgerlichen Verhältnissen. In der Oberstufe lernte sie Thomas Hoffmann kennen. Dieser war später auch Mitgründer des Labels Pelheim Power Productions, abgekürzt 3P. Dieser ermutigte Settler in einem seiner Projekte mitzuwirken, nachdem er einen spontanen Auftritt von ihr sah. Später entschied sich Sabrina dafür, ihr begonnenes BWL-Studium abzubrechen und sich komplett der Musik hinzugeben. Das Ziel war es, eine etablierte, deutsche, bekannte Rapperin zu werden. Sie war jung, hungrig, verspürte das Feuer in ihr und wollte in der Musikbranche mitmischen, etwas Neues ausprobieren, etwas Neues in dieses Game reinbringen. Sie unterschrieb also beim Jung Independent Label 3P. Sie arbeitete mit ihrem Produzenten und gleichzeitig Labelchef an einem Sound. Außerdem entwickelte sie einen Pseudonymnamen, Schwester S. Hier kommt die Schwester Passaufer, ihre erste Single. Diese Single konnte leider nicht in den deutschen Media Control Charts einsteigen. Jedoch wurde es zu einer Art Introduction. Sie konnte sich langsam und sicher eine Fanbase aufbauen und in der Underground Szene einen Namen machen. Die zweite Single, ja klar, konnte in die deutschen Charts einsteigen. Es landete auf Platz 14 und war damit ein Erfolg. Im Februar folgte dann das Album Es ist soweit. Das Album landete auf Platz 11 der deutschen Album Charts und konnte sich somit sehr gut platzieren. Im darauffolgenden Jahr gewann Sabrina ein S-Show für die Kategorie Künstler National und bekam dazu noch ihre eigene Radiosendung. Tüchtig arbeitete sie mit ihrem Produzenten am zweiten Album. 1997 erschien dann das zweite Album, die neue S-Klasse. Dieses Album ist bis zum heutigen Tag das erfolgreichste Album, was sie bislang veröffentlicht hat. Dazu kommt hinzu, dass es zu einer der erfolgreichsten Female Rap Alben gehört, die es bislang in Deutschland gegeben hat. Das Album landete auf Platz 10 und konnte sich bis zum heutigen Zeitpunkt über 300.000 Mal verkaufen. Dank der Single Du liebst mich nicht, die auf Platz 1 der deutschen Single Charts landete, wurde das Album ordentlich gepusht. Du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht. Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht. Weitere erfolgreiche Single Auskupplungen des Albums waren zum Beispiel Glaubst du mir nur mit EP und Freisein. In dem Song war auch Xavier zu sehen. Dieser war unter anderem zu der Zeit einer von Sabrinas Headless Background Singer. Sabrina gewann für das zweite Album, ihr zweiten Echo und ein Kometen. 1999 erschien Sabrinas drittes Album aus der Sicht und mit den Worten von Das Album landete auf Platz 3 der deutschen Albumcharts. Es ist bislang das bestgechartetste Album, das sie bis dato veröffentlicht hat. Anschließend veröffentlichte sie mit dem Titel Alles featuring Xavier Naidoo eine weitere Top 20 Hit Single. Auch diesmal konnte Sabrina einen weiteren Echo gewinnen. 2003 veröffentlichte sie ihr viertes Album, diese landete auf Platz 11 und konnte wieder vier Hit Singles hervorbringen. Das letzte Album veröffentlichte sie 2007 mit dem Titel Rot. Es war kommerziell gesehen das schwächste Album, was Sabrina bislang herausgebracht hatte. Es landete auf Platz 32 der deutschen Albumcharts und hatte mittelmäßigen Erfolg. Unter anderem ist Sabrina über die Jahre als Schauspielerin unterwegs gewesen. Sie hatte eine eigene Radiosendung, wie schon eben erwähnt worden ist, war Juroren bei der Sendung Popstars. Sie hat dabei mitgeholfen die Boygroup Overground zu gründen und wirkte hier und da schon in einigen Sendungen mit. Sie war zum Beispiel letztes Jahr in der Sendung Let's Dance zu sehen. Sie hat es zwar nicht weit geschafft, aber es war schön zu sehen, dass sie nicht ganz von der Bildfläche verschwunden ist. Im Laufe ihrer Karriere machte sie auch große Schlagzeilen, weil sie eine Zeit lang mit dem Tennisspieler Boris Becker liiert war. Doch mit der Zeit trennten beide sich und jeder ging seine eigene Wege. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Du darfst mir gerne in die Kommentarsektion schreiben. Vergiss nicht, mir auch zukünftig auf Instagram zu folgen. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.